hallo und herzlich willkommen hier zurück bei minecraft so meine freunde wir nähern uns der schnellen schritten weihnachten und ich würde gern bis weihnachten hier auf unser oberhäuschen sage ich mal unser obergeschoss hier 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 und hier ein bisschen schöner was wir da oben machen das weiß ich noch nicht das weiß ich noch nicht so in der letzten folge haben wir ja denke ich mal das hoffentlich war das in der letzten folge hier unseren ofen fertig gemacht habe das alles noch ein bisschen hier versucht zu managen mit den leitungen hier drin haben wir einen haufen kohle kohlkopf das wärmer brauchen unser stahlbahnvorrat hat sich auch gefüllt und was wir heute machen werden ich möchte heute nichts technisches machen also heute nicht und wir werden uns heute mal nicht um immersive kümmern sondern wir werden heute mal kraft was machen weil diese mod habe ich hinzugefügt und um bei deko kraft anzufangen brauchen wir diese komische bank nie irgendwo ist diese deko deko bett perddekord kraft 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 ja ja gut das gucke ich erst mal ob ich das hin diese wenn man da ist habe ich auch drauf gemacht architektur zwar ganz zirka das war ganz das ist was wir machen können latsch pulle das kriegen auch so aber das suche ich nicht deko bench table table wenn man da was oh gott wie sieben die wieder aus ok ich glaube am schnellsten finde muss baking table deko kraft so gucken wir müssen das finden ist so ein haufen zeug halt hier und irgendwo versteckt es sich dazwischen die musik macht es äußerst spannend werden wir es finden kuscheltier wolf wäre super wo ist diese nette weihnachtsbaum wenn man dann auch mal machen weil es ist ja bald weihnachten wenn man auch mal ein bisschen dekorieren so wie das seht ihr wie viel zeug es da gibt adventskranz das ist was wobei ich als erstes machen weil wir hatten ja schon advent haben wir sind ja in der adventszeit jetzt muss ich aber erst mal diesen blöden tisch finden damit wir damit anfangen können alter wo ist das das kann doch nicht wahr sein das ist das ist so da maschine super die muss doch irgendwo sein mal gucken ob ich sind bevor die dramatische musik rum ist wenn ich das nicht finde machen wir es in der nächsten folge dann müssen wir erst gucken wie die heißt halleluja wo ist teller das darf doch nicht wahr sein ich brauche einen schluck kaffee wenn ich es bis zu ende der musik nicht gefunden habe dann machen wir was aber es ist aber auch so ein haufen zeug hier ja mal ein schluck kaffee getrunken vielleicht geht es dann besser das brauchen wir dann auch diese wendeltreppe aber um das alles zu machen brauche ich diesen komischen tisch schluck kaffee getrunken alter was ist das hier hm ok das lässt mir jetzt absolut keine ruhe ich gucke in meiner testwelt wie die wie die heißt das machen wir gehen mal kurz in meine testwelt wir gehen mal kurz in meine testwelt und schauen wie die heißt weil ich glaube da habe ich sie stehen wir gehen mal kurz in die testwelt weil ich da brauche ich immer mal zusammen und wie das funktioniert aber nicht immer und vielleicht merkt so schauen wir mal welt wird geladen landschaft wird geladen ja dann bin ich in der testwelt das gehen wir mal kurz rein ich hoffe ich habe sie da stehen hallo habe ich die da unten hingestellt ich dachte ich habe die da hinten gestellt irgendwo aber ich habe hier oben gemacht ok ok ja ihr seht ihr auch schon was man vielleicht vorhaben ich habe vorher so eine wendeltreppe zu machen das ist das hier naja nö habe ich sie doch oben hingestellt hoppla rheinland sack entschuldigung da auch nicht okay wir gehen zurück mal noch meter zehn minuten und nur im suchen so verbindet zum server ja auch nicht klappt das gleich anmelden ja gut bis die musik rum ist aber jetzt gucke ich noch mal auch gott wie heißt das sie die dco da ist die dekobank die boli haben jawohl grün großen rot urlaub blutrei ok 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 was haben man da kohle nein ich bin total aufgeregt da gehen wir brauchen einmal rosenrot rosenroth blutrei hier hallo rosenrot was brauchen wir noch grün habe ich noch irgendwo cool sind alle meine kleider grün grün sind alles was ich habe ok da haben wir grün so und dann brauchen wir noch ton ton müsste hier sein 1 2 3 4 so und dann brauchen wir noch holz 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 so eine werkbank ist ja eine werkbank so dann bauen wir uns die gleich mal zack und da haben wir die dekobank und die möchte ich aber ich möchte wie gesagt hier mal die tür zu machen hier mal kurz schlafen so und dann legen wir mal hier drinnen los und werden hier mal ein bisschen schon klar auch einen kleinen arbeit wegen der dachschrägen geht es nicht so wir brauchen rot grün und blau und ton okay dann gucken wir doch mal was mir alles an rot grün und grün und blau haben ein bisschen ton damit wir wenigstens heute die wendeltreppe hier hinkriegen so das nehmen wir mit das namen mit kann ich leider nicht nur dunkelblau machen blau ist immer so eine sache dann nehmen wir drei stecks ton mit und vielleicht klappt es ja okay dann gehen wir gleich mal hoch zack 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 ton oder lehm mal da rein dann blau grün und rot Garten, Trophäen, Spielzeug, Technologie, Lagerung, Stairs Schiff für Info, Lehm kosten 12, kosten rot für, ok, da werden wir ein bisschen noch was brauchen Brauche ich auch blau, ja, ok So, wir holen noch ein bisschen Lehm Ja, gucken wir mal, was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist rot und grün So Ja, da müssen wir dann auch mal, äh, bisschen Farmen gehen Mal mal, stopp, stopp So, ich will mal gucken, ob ich da was drin habe Was haben wir da? Ziegel, na mal mit Ähm Sieben Kacktee, na super Irgendwo angepflanzt Nicht wirklich Was ist das da unten? Baumwolle Baumwolle Hm Geh du mal da rein So, rot Und ist unten Tut 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 Ich nehme mal alles Zack, ok Ich möchte wenigstens die Wendeltreppe heute machen So, ok, gucken wir mal Wir brauchen für die Wendeltreppe Zack Wie ist es denn hier? Stairs hier Ähm, mhm, 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 mhm Einmal Zack 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 Nur eins Wahrscheinlich zu viel So Ok So, wir machen, habe ich meine Holzachs dabei. Jawohl. So, wir machen das jetzt folgendermaßen, genau hier nämlich. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, Zwei, drei. So, Autsch. Sammeln wir mal schnell ein hier. So, und dann müssen wir das nämlich so machen. Ich hoffe, es ist richtig. Ist das richtig? Nein, ist falsch. Wir müssen ein Block weiter rüber. Nein. Autsch. Eins, zwei. Drei. 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 Nein. Auch falsch. Wohl. Können wir eigentlich so machen, oder? Lass mich mal gucken. Hoppla, leck vom Server. naja, gut. Schön. Okay, das ist das. Und jetzt, vom folgen, das. Wir müssen, das hier immer so, einigermaßen, was haben wir denn da, da müssen wir mit dem hier ran, hier. So. Nein. Äh, nein. Auch nicht. hallo. Jetzt vielleicht. haben singen in der wahl ob es jetzt geht ok uns dann wahrscheinlich doch hoch bauen okay wir müssen hier platz schaffen nein holen wir uns gleich wieder Wir müssen mal noch ein bisschen runter. Das können wir gleich mal weg machen hier. Ok, gucken ob das so passt. Oh ja. So. Dann kommt nämlich dieser hässliche Klotz da weg. Das war mir schon lange ein Dorn im Auge. Äh, nein. Zweimal. Ähm, öh. Dreimal. So, jetzt gehen wir nochmal runter. Ich muss es immer von unten machen. Das ist doof. Äh, nein. Reparieren wir dann alles wieder. So. Ok. Noch eine. Äh, nein. Äh, nein. Ok. So kann man es lassen. So, äh, dann machen wir hier wieder zu. Äh, ich nehme einen Bruchstein. So. So, unsere Steinziegel. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Schön. Gucken wir mal, ob man auch da hochkommt. So. Da, da, da. So. Dann machen wir, das so. Dann machen wir, das so. Okay. Schön. Dann können wir da jetzt, das so machen. Was ist denn das für Eichenholz? Äh, Fichtenholz? Fichtenholz? Fichtenholz. Habe ich da unten jetzt Eichenholz hin gebaut? Autsch. Autsch. Habe ich mir fast gedacht, dass das falsch ist. Autsch. Hmm. So. können wir da schön hochlaufen toll auch ein eichenholz bretter so und die hier können wir abbauen und dann machen wir die tür zu nicht dass man besuch von nachbarn bekommen auch dann haben wir hier nämlich ein bisschen mehr platz bekommen weil platz werden wir noch brauchen weil habe ich noch heißen weil hier werden ja noch ein paar maschinen unterkommen ist mir diese wendeltreppe eigentlich ganz recht da sind wir und wir haben wieder ein bisschen holz ach alter eine halbe stunde für so eine beschissene wendeltreppe so seht ihr wie viel platz wird plötzlich haben hier so da machen wir noch das holz dahin und dann kann man hier eigentlich perfekt hoch gehen so das hier können wir auch weg bauen hier da draußen läuft wieder die nachbarschaft spazieren und die passt auf so wir müssten ja irgendwann auch mal wieder in dings gehen ein paar dungeons finden damit wir vielleicht mal ein name tag oder sowas kriegen gut naja heute nur eine wendeltreppe gebaut ich werde mal zwischen den folgen ein bisschen auf farbe suche gehen blut am besten ist es günstiger wie lapis und rot und grün und dann machen wir in der nächsten folge weiter werden uns jetzt mal ein paar baulichen maßnahmen widmen bevor wir hier nämlich weiter gehen außerdem wir haben hier noch eine quest und bekommen eine load chest her damit so und wir werden schauen weil wir müssen dann space saving und ein automagic engineers workbench bauen und da habe ich das mir schon soweit gedacht das zeige ich euch mal wo ich das hinhaben möchte war diesen drei mal zwei blöcke da könnte man hier vier stück von den teilen hinstellen ja da wo die fackeln sind vier stück das können wir dann will ich noch versetzen ja das ist hier direkt an der workbench ist das haben wir hier drin da haben wir latex aber das meine freunde werden wir in der nächsten folge machen und in den nächsten folgen müssen wir uns dann auch noch ein bisschen umdrehen und den strom kümmern so hängt jetzt so ein bisschen komisch hier in der luft aber das macht nichts gut ich bedanke mich mal fürs zusehen und bis zum nächsten mal tschau 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 tir